Wir haben hier einen sogenannten OL-Ehrgarten. Es ist eine einfache Karte mit wenig Symbolen. Ich werde alle von Ihnen invitieren Sie zu diesem Tent. Geht da mit jemandem, jemanden Sie nicht wissen oder Sie nicht wissen. Und da ist etwas geschrieben in der Tent. Und bitte, ja, take diese Fragen und get to know each other in a different way. Dann gehen Sie an, Es geht um mit einigen. Sie können mit Gäste und einem spiel zu dem Kartei aus. Es ist auf den Kartei. Die Kartei auf Lotsen, die Säge auf die Kartei in der Kartei in den Kartei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020